Das da ist mein guter Freund Simon. Um euch zu erläutern, was wir da gerade besprechen, würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Bereits seit einiger Zeit hatte sich Simon über seine zu langen Haare beschwert. Sie stellten ein echtes Problem dar. Und Probleme sind scheiße. Aber eine gute Sache bringen sie mit sich. Und zwar eine relativ einfache Formel, wie man sie lösen kann. Also, zuerst muss da natürlich ein Problem bestehen. Und dann formuliert man einen Lösungsvorschlag. Wenn dieser Lösungsvorschlag gut ist, bespricht er auch gleich der Lösung. In unserem Fall war das Problem zu lange Haare. So, der Lösungsvorschlag war, die Haare kurz zu rasieren. Und da Simon den Vorschlag gut fand und ich die Haare gerne schneiden würde, war das auch gleich die Lösung. Also machten wir uns auf den Weg nach Hause. Und dort angekommen wollten wir auch gleich anfangen. Alles, was wir brauchen, ist einen Langhaerschneider und einen Simon. Sollen wir es hier machen? Okay. Okay. Auf Avatar gewinnt. Jetzt. 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 Bis zum nächsten Mal.